Hallo Leute, Hemmix hier. Es gibt auf der YouTuber-Insel, also da wo Stani und so ist, eine neue YouTuberin, Pixi, die sich angeblich da drauf gehackt hat, aber ich habe drei Beweise dafür, dass dies nicht ist. Und zwar, Pixi hat ja in ihrem Video Alphastein Alfie genannt. Und in Stani's neuestem Video, wo Alphastein ja auch da ist, nennt er ihn auch Alfie, das hat ja eigentlich nichts so groß zu bedeuten. Aber direkt am Start hatte Pixi 18 Level, so wie Stani in seinem letzten Video. Und in seinem letzten Video hatte auch Stani eine Diarrüstung mit einem verzauberten Diahelm, zufälligerweise. Und die Diarrüstung hat ja Pixi gefunden. Das waren meine drei Fakten zu Pixi. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und Tschüss!